Hallo und herzlich willkommen heute Abend im Körperforum und live zugeschaltet im Livestream auf der Webseite der Körperstiftung. Herzlich willkommen heute Abend hier. Es ist wundervoll, so viele Menschen hier im Raum zu sehen. Sie haben heute Abend eigentlich die Kapazitäten des Körperforums fast gesprengt und ich blicke, soweit ich das mit dem Licht sehe, in ganz viele erwartungsvolle Gesichter. Es ist toll, dass Sie hier sind und ich kann Ihnen einen sehr schönen, sehr spannenden Abend, glaube ich, heute versprechen. Mein Name ist Kai-Michael Hartig und ich begrüße euch heute Abend zu einer neuen Ausgabe von Ukraine and Beyond. Sie wissen das vielleicht, Sie wissen das vielleicht, dass wir seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der nun schon über sieben Monate dauert, hier im Körperforum Veranstaltungen machen unter dem Titel Ukraine and Beyond, wo wir uns in diesen Veranstaltungen mit dem Land, mit dem überfallenden Land Ukraine auseinandersetzen. Die furchtbare Situation des Krieges in Europa und was das bedeutet für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die vielen Geflüchteten, haben andererseits dazu geführt, dass neben den offiziellen und inoffiziellen Hilfeleistungen, Unterstützungen und Zusammenarbeiten auch viele Kontakte entstanden sind. Nicht zuletzt, dass wir in Deutschland die Ukraine als Land und als Kultur viel stärker, viel intensiver als jemals zuvor wahrgenommen haben. Für uns als Stiftung war es besonders wertvoll, den kulturellen Reichtum dieses Landes in den Veranstaltungen zu entdecken und zu thematisieren, die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern zu führen und auch ein entsprechendes Programm zu entwickeln. Und eines haben wir auch beobachtet, nämlich bei den Veranstaltungen mit vielen ukrainischen Gästen, sei es auf der Bühne oder im Publikum, waren zwar Sorge und Niedergeschlagenheit aufgrund der Situation niemals verschwunden, wie sollten sie auch. Aber das gemeinsame Erleben hier an den Abenden, wie heute zum Beispiel, ließ doch so etwas wie eine erste Hoffnung keimen, in der dies alles einmal überwunden sein würde in einer Zukunft, die wir hoffentlich erleben können. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute auch so viele Gäste aus der Ukraine zu uns ins Körperforum gekommen sind und begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich, namentlich Frau Irina Tibinka, die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg. Beim heutigen Abend unter dem Motto Ohr zur Welt haben wir die Gelegenheit einer besonderen Stimme aus der Ukraine zuzuhören. Er ist Romanautor, er ist Dichter und Übersetzer. Er ist aber auch Helfer, Aktivist, Stifter mit einer eigenen Stiftung und er ist Musiker. In etwas mehr als zwei Wochen wird er eine der wichtigsten Auszeichnung der deutschsprachigen Literaturszene erhalten. Es ist übrigens für ihn in diesem Jahr schon die vierte Auszeichnung. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Seri Schadan. Wir erleben Seri Schadan heute Abend gemeinsam mit den Musikern Oleg Kadanoff und den Jeven Turchinov. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns im Chorratforum. Welcome on stage. Thank you for being here at Chorratforum. Mit den beiden Musikern gründete Seri Schadan vor fünf Jahren die Band The Manaheim Line. Was es damit auf sich hat und wie viel dieser Titel The Manaheim Line mit der Gegenwart zu tun hat, das werden wir im Gespräch erfahren. Denn bei Ohr zur Welt, das wissen Sie vielleicht, wollen wir immer ein wenig näher an die Musik heranzoomen und die Hintergründe der Künstlerinnen und Künstler kennenlernen. Dafür haben wir heute einen weiteren wunderbaren Gast gewinnen können. Es ist Monique Schwitter. In Hamburg ist sie vielen bekannt noch aus ihrer Zeit als Ensemble-Mitglied im Deutschen Schauspielhaus. Seit 2010 widmen Sie sich ganz der Literatur. Ihre Texte und Bücher wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Und seit dem letzten Jahr ist sie in Hamburg die Präsidentin der Freien Akademie der Künste. Sie wird nachher das Künstlergespräch führen. Herzlich willkommen, Monique Schwitter. Lieber Seri Schadan, liebe Monique Schwitter, bevor ich Ihnen jetzt gleich die Bühne überlasse, noch zwei Dinge. Erstens, dieser Abend wurde vorbereitet in Zusammenarbeit, im Austausch mit Marjana Sadowska, die wir seit vielen Jahren bei uns zu Gast hatten und haben, und dem Ukraine-Institut. Und auch von vielen helfenden und organisierenden und denkenden und handelnden Menschen hier in der Körperstiftung, Baharosha Neisters und das ganze technische Team, dafür schon mal herzlichen Dank für diese Reihe und dass wir dieses hier heute Abend gemeinsam erleben können. Und das Zweite, wenn Sie live dabei sein wollen bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an diesen jungen Mann in zwei Wochen in der Paulskirche in Frankfurt, dann sollten Sie am 23. Oktober ARD 10.45 Uhr einschalten. Da wird es nämlich übertragen. Jetzt würde ich Ihnen heute einen interessanten, einen spannenden und erlebnisreichen Abend. Vielen Dank und Bühne frei für euch. 1, 2, 3, 4, 5. Guten Abend. Guten Abend. Mein lieben Damen und Herren. Hier spielen heute Länge Mannerheim aus Kharkiv, Ukraine. Gehen heute. Musik Ja! Vi z nami! Doki ще нічого не почалося Doki ще не чути наше багато голосся Doki сонце вибарює золотою основою Я буду говорити з тобою своєю мовою Новою мовою, за якою лишається тіння Бачусь цей шрам по двірі Це наша з тобою лінія Бачу всі рани грізь, як і пробується світло Бо б знає забувати про нас мінь у підло З сього місця в житті починається лінія З сього розрізу просто рветься лінія Чорна лінія, схожа на шрамні коліня Лінія, довга лінія В епоха на чьому лінія Там де хтось підіймається, крипиться лінія Там де щось починається, глянниця лінія Для тих хто чекає зонячного проміння Для тих того є радість і є сумління Семень вибирає з тебе любов, ніби породу Семень забирає з тебе з рук добру погоду Як ти мовчати будеш про те, що тут говорили Як ти тепер будеш минати січі дески мавили Нашу свободу охороняють наші повенні Перші ми в місті, берез щоразу церкви та мердені Втрачені зомби кожен з яким боже зборіння Дозумовляє гідня і починається лінія Починається лінія Перші ми фустами Доки ми тримаємось нашою звітобудове Das war eine große Rolle, der sich dann mit dem Bremsen Der neue Bremsen ist, der sich auf die Bremsen Äquil um unsere Wände zu tun Und da wir nichts haben uns geügt Und wir nicht so können, wir werden uns gleich noch mehr Wir werden uns in der Zeit verhauen, dass wir uns nicht so können Wir werden uns auch in der Wunschung Wir werden uns 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 in der Wunschung Mit dem Wunschung und Anführung Ich meine Künstler, verabschiede ich mit Borduch, Ich bin ein Ding, der Sie sich auf eine Begründung. Die Linie verabschiedet ist und die Mordung. Das bedeutet, dass es nur dein eigenes Sprache ist. Das ist ein Sprache, das du hörst, dass es nicht dein Leben ist. Du machst das erste Schritt, und der Linie ist die Linie. Die Schmerz wählt von dir, wie eine Liebe, wie eine Mordung. Die Schmerz wählt von dir, wie ein Ruhig, wie eine Mordung. Und wie wir mit dem, was wir hier gesagt haben? Und wie du jetzt mit den ganzen Schmutzern unsere Freiheit schmutzern die 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 Mörder sind? Wir sind die erste in der Stadt, die sich wieder einmal mit den Bordeln Die Zoll-Ber, jeder von dem ihr 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 Name ist, und wir haben die Mörder. Und beginnt die Linie, beginnt die Linie, beginnt die Linie, beginnt die Linie, beginnt die Linie. ZDF, ZDF, ZDF Musik 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 Lünen Energämmen, Kharkiv, Ukraine. Danke! Wir lieben und Seester, es sehr willkommen für euch zu spielen. Wir lieben uns, dass wir hier in diesem schönen Ort sind. Und so ein schönes Publum. Wir freuen uns, wir heute hier sind. Oleg Kadano, Жека Turcino, Lünen Energämmen. Wir lieben Sie, heute nicht mehr von den Verschiellen. Wir lieben uns über den Verschiellen. Und wir, insofern, uns alle, die, die für uns, die wir für uns, die unsere Freiheit bekommen haben. Die nächste Pässe nennt sich «Bei без правил». Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gott, wenn sie sich nicht mehr verbringet haben, Gott, wenn sie sich nicht mehr verbringet haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie alles gehört? Wir bedanken uns zu einem Klavier-Gerner, der da sitzt, auf der Leidseite, vor dem Lütschmau-Morher und erhält sich heute die Musik. Die sind sehr glücklich. Es ist eine Zeit, eine Konzert-Programmung. Wir verstehen, dass wir optimistische Musik haben. Diese sogenannten «Znişue ich, Господи». Die nächste nennen sich «Chorne». Sie haben einen Text über die Mischung. Hier gibt es eigentlich Kharkiv? Ja? 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 ARD Text im Auftrag von Funk першим pushером на микро районе всy вони viu ніколи й не з кем не ворогу про нього й говорили це чорний ще гуйва чорний проклятям він тів та РФУшники чорний випалював вени ПТУшників чорний їх затягував до вечного й чертового навіть сатана затарювався чорного чорний не знав утомої знему в іде чорним полювали активісти-педагоги Jungs, die wir uns in der Öffentlichkeit sind, die wir in der Erachterung haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gehen wir weiter? Wir gehen! Danke, Freunde! Danke, dass wir mit uns sind! Ja! 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 Das war's für heute. 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 schreibt im Prinzip. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und dort klingt. Das war's für heute. 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 Und ich würde gerne. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Genau das ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wenn wir über die das war, hat, das war's für heute, Wenn du eine Explosion hörst, dann weißt du, irgendwo ist eine Rakete gefallen. Du kannst hören, wo sie ist und weißt, jetzt ist es schon passiert. Die Stille hat so viele Variationen. Du weißt gar nicht, was du von ihr erwartest. Das sind alle diese Änderungen in der Sprache, in dem Vokabular, die mit dem Krieg zusammenkommen. Ich würde ganz gerne jetzt Dzeka und Oleg dazu holen. Ihr beide, und das fand ich total spannend, ihr kommt beide in diesem erwähnten Buch, der Himmel über Chagriff, ja auch vor. Genau, es gibt einen Eintrag, ich glaube, 13. März, Mitte März, also irgendwann in den ersten Kriegstagen. Und da heißt es, ich gehe mit Dzeka ins Studio und wir versuchen, etwas zustande zu bringen. Wir versuchen, etwas aufzunehmen. Du hast mir vorhin kurz gesagt, in dieser ersten Kriegzeit habt ihr keine Konzerte gegeben, aber ihr wart relativ bald wieder im Studio und habt versucht, künstlerisch weiterzuarbeiten. Ach so, genau. Die Antwort von Sahi ist jetzt, dass er nicht mit Oleg gearbeitet hat, sondern mit Dzeka, mit diesem Projekt Sobaki. Hallo! Mein Name ist Jekka. Ich wünsche euch eine High-Hit-Harmonie für meinen Papa-Sergäu. Hallo! Ich spiele, ich habe auf einem Workshop-Berzsdorf, es war ging mit 15-Jährigen, es war im Frühstabsernchen, und ich habe mich zuerstellen, ein Idee zu machen. Ich telefonierte mit demencingen mit Herrn nuevo, sagge ich, dass ich etwas mache, wir sollten in der Frühstunde und arbeiten. Und wir haben uns ein paar Lirische Dinge über die Kriege, über die Kriege, über die Kriege. Und dann haben wir ein Rockprojekt »Judane Sobake«, »Dieter« und »Metro«. Hallo, ich heiße Jacka, ich bin derjenige, der diese wunderschönen Harmonien schreibt, die Seris seltsamen Gesang zu Hits machen. Und es war tatsächlich so, Anfang März stand ich an einer Straßensperre. Und ich hatte das Gefühl einfach, dass ich ihn anrufen muss. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal Musik machen, lass uns ins Studio gehen. Und so sind zwei Lieder entstanden, zwei sehr lyrische Lieder für dieses andere Projekt »Zobake« über den Krieg. Oleg, du kommst in dem Buch auch vor. Das ist merkwürdige Übersetzung, genau. Und es gibt eine Stelle, ihr beide seid als Freiwillige aktiv. Es gibt eine Stelle, wo praktisch Seri über dich und deine Mitstreiter schreibt, mit welcher Bewunderung, woher nimmst du eigentlich diese Kraft, das zu tun? Und dann schreibt er an einer Stelle, es handelt sich wahrscheinlich gar nicht nur um Kraft oder Mut, sondern um Gewissen. Und was wäre ein Musiker ohne Gewissen? Ist die Tatsache, dass ihr Freiwillige seid, habt ihr euch da als Musiker besonders schnell herausgefordert gefühlt? Oder ist das einfach im Moment klar und war euch das von Anfang an klar, das ist unsere Pflicht, das jetzt zu tun? Also, es war sehr, 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 sehr. Und ich fragte mich, was ich kann, und die Antwort war, dass wir in den Schtaub des Objekte haben, und wir begannen, wie wir können, was wir tun können, was wir machen können. Ich bin ein paar Monate lang nicht mehr zurückgekehrt. Für mich ist Musik, wie die Bibel, wie die Filme, war in der Kategorie des Verwacht. Und das Wichtigste absolut alles kancel. Ich bin nicht mehr so lange. Ich habe mich über die Marke aus 100 Jahren in Samotności und gefühlt von diesem Zeitpunkt. Aber in diesem Zeitpunkt, Ich glaube, diese Worte, die gesagt wurden, Mut, Gewissen, das sind sehr starke Worte. Als am 24. Februar die groß angelegte Invasion begonnen hat, hatte ich sehr große Angst gehabt. Ich habe mich gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich behilflich sein? Und das, was uns, Sahih und mir, am logischsten erschienen ist, in den Stab der Territorialverteidigung von Kharkiv zu fahren und zu sagen, hallo, hier sind wir, wir können behilflich sein. Und dann haben wir diese Antwort bekommen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, bereits auch eine Zeit lang vor dieser Invasion, dass ich keine Kunst machen kann. Dass Kunst etwas ist aus einer anderen Welt, aus einer friedlichen Welt. Und diese Gefahr hat diese Quelle der Kunst in mir versiegen lassen. Und auch die ersten Monate der Invasion war das weiter so. Und ich habe gerade zum Beispiel mit großer Lust 100 Jahre Einsamkeit wieder gelesen und habe verstanden, dass es meine Gefühle sehr stark widerspiegelt. Und wie ist das jetzt? Arbeitest du, schaffst du, bist du kreativ? Ich glaube, du hast dir die творCT-Fürdigität. Von dieser Zeit entstehen Gedichte, aber es sind gar nicht viele, vielleicht ein Dutzend nach dieser Zeit der Invasion. Und mein Freund und ich haben zu einem dieser Gedichte ein Lied geschrieben. Und das ist gerade vielleicht im letzten Monat geschehen, als man angefangen hat, sich daran zu gewöhnen, was in der Ukraine passiert. An Tod, an den Tod, an die Zerstörung. Und das ist etwas sehr Unnatürliches, dass man sich an so etwas gewöhnt. Und wir haben später die Aufgabe, etwas damit zu machen, etwas daraus zu machen und wieder aus diesem Zustand der Gewöhnung an Tod und Zerstörung rauszukommen. Und ich glaube, ein Argument, der Motiviert sich zurückkehren, ist die Idee, dass man nicht in beschädigt ist, dass man nicht in einem eigenen Leben ist. Und das kann sich in irgendein Moment sein, dass man sich in irgendein Leben kann, dass man nicht nur für eine Grube und materielle und materielle Teilen ist, eine andere Motivation, Kunst zu machen, ist dieser Kontrollverlust, weil man weiß einfach, dass unabhängig von einem selbst, von dem Wollen und von dem Können, das eigene Leben sehr schnell beendet werden kann. Und gerade diese Kreativität ist die Zurückerlangung, die Rückgewinnung der Kontrolle einerseits und andererseits, das ist genauso, man gewinnt die Kontrolle genauso zurück, wie wenn man ehrenamtlich hilft. Aber die Kunst, die dient dazu, gerade diese, wie er gesagt hat, um das in seinen Worten zu sagen, die dünnen Seiten der Seele wieder erklingen zu lassen. Das Interessante ist ja, dass wir jetzt heute Abend, das war mir ja vorher gar nicht bewusst, eben gleich zwei Lyriker auch hier haben, zwei Dichter. Serhi, du hast in dem Buch, das ich erwähnt habe, im Himmel über Kharkiv, im Nachwort sehr gut beschrieben, wie sehr der Krieg auch dein Schreiben eben und dein Schaffen verändert hat. Und dass du eigentlich in diesen Blogs, die du da schreibst, die einfach auf die nackte, grauenvolle Wirklichkeit und diesen Krieg reagieren, für dich eigentlich diesen, den Weg findest zu schreiben. Oleg, wenn ich das richtig verstanden habe, sagte gerade, er schreibt weiter auch Gedichte. Ist das bei dir auch so? Schreibst du im Moment Lyrik? Ja, ich schreibe, aber auch nicht so viel. Also Oleg hat gesagt, natürlich, bevor Sahih was gesagt hat. Und Sahih hat dann gesagt, ja, ich schreibe, aber nicht so viel. Und ich glaube, dass ich diesen Prozess bewusst ausbremse. Ich will nicht im Lehrlauf schreiben, aus der Inerz heraus. Ich will nicht nach den Gesetzen des Schreibens, die vor dem Krieg gewesen sind, weiter schreiben. Ob die Realität ist gerade offensichtlich stärker als unsere Reflexionsmöglichkeiten. Es ist ein großer Bruch in der Luft, im Raum unserer Erinnerung und unseres Bewusstseins, alles, was in diesen letzten Monaten passiert. Wenn man versucht, das auf die Kunst zu projizieren, dann ist es eine riesige Herausforderung, offensichtlich. Wenn du wirklich überzeugend darüber sprechen willst und stark, dann müssen deine Worte, deine Prosedie und so weiter an diese Realität heranreichen können. Und es ist offensichtlich, dass es nicht immer gelingt, dass die Sprache einen manchmal auch verrät. Es ist nicht die Sprache, die Sprache kann niemandem verraten. Es sind die Halbtöne, die Intonationen. Und um diese gewisse Distanz zu erlangen, braucht es sehr große Kraftanstrengungen. Und Oleg spricht über diese harte Realität und sie ist ja auch da. Wir bleiben ja nicht einfach so in unserer Stadt, sondern wir haben dort sehr viel zu tun. Wenn du im Laufe des Tages mehrere Autos kaufst, helme, wenn du Essen verteilst, wenn du humanitäre Hilfe überall hinverteilst und die Soldaten belieferst, dann hast du nicht die Kraft, dich abends hinzusetzen und einen Sonettkranz zu flechten. Ja, das ist genau etwas, was ich mich auch frage an euch alle übrigens, wie das mit dieser Kraft ist. Denn es ist ja nicht so, dass Schreiben an sich keine Kraft erfordert. Es ist nur im Vergleich zu der Realität, in der ihr lebt und zu diesen anderen Aufgaben, die ihr jetzt übernommen habt, etwas, was wahrscheinlich dann nicht die große Herausforderung darstellt. Aber ich frage mich das und ich möchte diese Frage an euch stellen. Wo findet ihr Schlaf, Erholung? Wo könnt ihr euch diese Kräfte, die ihr braucht, wiederholen? Wir schlafen nicht, sagst Sie hier. Ich denke, dass wir uns alle Probleme mit dem Schlaf und dem Appetit haben. Wenn es aber um diese Quelle der Kraft geht, dann habe ich eine ganz einfache und schlechte Antwort, wo man diese Kraft hernehmen kann. Ich erinnere mich, dass ich auf der zweiten oder dritten Woche der Welt vermittelt habe, der neue Fasie, oder wie es noch einmal sagen kann, ich vermittelt mich mit Vladikou Isichen. Das ist unser vladiger, der gräkko-katholische Herrschaft. Ein Mensch, den ich 30 Jahre herrige, sehr liebe und liebe ihn. Und wir haben ihn mit ihm eine rozmene. Am zweiten oder dritten Tag des Krieges oder des Ausbruchs oder der großen Angelegenen Invasionen, egal wie man das jetzt nennt, habe ich mit unserem griechisch-katholischen Pastor gesprochen aus Kharkiv, den ich seit 30 Jahren kenne. Und wir haben ein Interview aufgenommen. Ich als Journalist liebe ich es, mit Geistlichen zu sprechen, weil man denen irgendwelche banale Fragen stellen kann, auf die man sehr tiefe Antworten bekommt. Und in dieser ersten Phase des großen Chaoses, der großen Zerstörung, wo du nicht mal verstehst, was du tun musst, und wo du hinrennst, frage ich den Pastor, Vater, woher nehme ich die Kraft? Und ich dachte, er sagt, lies die Bibel, geh meditieren, denk an Gott, erinnere dich an Gott und so weiter. Und er sagte mir aber, geh und unterhalte dich mit den Menschen. Und diese schlechte Antwort, wenn man ehrlich ist, sie funktioniert. Sie ist genau das, was man braucht. Denn jede Person in der Ukraine, jeder Mensch ist eine Batterie, und sie laden sich gegenseitig auf. Es gab so alte japanische Kassettenrekorder mit Batterien, und man musste da genau acht Batterien einsetzen. Wenn da 7 Batterien, dann 7 Batterien, das auch nicht weniger, aber wenn da nur 7 Batterien ist. Aber es wird nicht funktionieren, man braucht genau acht. Genau so ist es mit den Ukrainern. Wir haben genau die richtige Anzahl an Batterien, dass das ganze System funktioniert. Ich wollte das übersetzen, aber ich habe es nicht gehört, und er wollte es nicht wiederholen, leider. Ah, so. Vielen Dank. Es ist wahr und es ist schwierig, etwas hinzuzufügen. Weil es gibt diese Momente, wo man absolut kraftlos ist und mutlos ist. Und dann fährt man an die Front und spricht mit Soldaten, die ständig in Lebensgefahr sind, die da sitzen und eigentlich auch große Angst haben müssen. Und sie haben aber so eine Zuversicht, so einen Optimismus, so eine Kraft, dass sie einen überzeugen können, dass wir gewinnen werden. Und das hilft dann. Und das ist, wenn sie eine Frage, dass sie sich, wie eine Frage, wie ein Wollkans ist, sie sich, wie ein Wollkans ist, und das, was es nicht mehr so ist, wie eine Frage, dass sie sich, wie eine Frage, wie ein Wollkans ist. Der Krieg hat solche Ressourcen befreit, wie ein Vulkan, von dem man vorher nicht geahnt hätte, weil man hat kein Recht zu versagen, man hätte früher im friedlichen Leben gesagt, okay, dann hat es eben nicht geklappt. Den Satz gibt es bei dir auch, wir haben nicht das Recht zu verlieren, steht in der Buchung. Und plötzlich, in diesem Krieg, da werden Ressourcen befreit, von denen man nicht geahnt hätte, es muss funktionieren, man muss gewinnen. Das ist jetzt für dich eine ganz, ganz schwierige Situation, denn du musst jetzt auf all das irgendwie auch noch, ich möchte dich auch noch mal hören. Ich glaube, hier winken schon alle mit, die Zeit ist um, die Zeit ist um, was schade ist, weil man mit euch sehr lange weiterreden würde. Ich habe eine sehr einfache Antwort, was mir hilft, weiterzumachen und effektiv zu sein und produktiv zu sein. Ist das Andenken an alle Jungs und Mädchen, die ihr Leben geopfert haben, um unser Land zu verteidigen? An diesem Raum, dieser Raum war der Himmel bei der Lektüre des Buches für mich auch. Der Raum, der uns daran erinnert, wer alles getötet wurde in diesem Krieg. Ich möchte gerne mit einem Zitat enden, das von dir ist, Serhi, und das richte ich jetzt gegen euch selber zurück. Das finde ich persönlich immer das Schönste, wenn das, was man geschrieben hat, irgendwann einem wieder begegnet. Es ist auch aus diesem Buch und an einer Stelle, da geht es um einen Freund, du weißt gleich Bescheid, es geht um Mischa und du schreibst ihm, Mischa, mein Freund, du bist cool und gut, so heißt es im Buch. Und ich sage euch, Serhi, Oleg und Jevieni, ihr seid cool und gut, habt eine große Seele und ein echt ukrainisches Talent, bleibt gesund und glücklich und fahrt an den Ampeln nicht zu früh los. Aber jetzt würde ich, wenn ich eine Pastorin oder eine Pfarrerin wäre, sagen, geht hin und macht Musik, denn beim Zuhören, da hatte ich auch das Gefühl, dass wir alle, und dafür danke ich euch von Herzen und ich glaube, wir alle danken euch von Herzen, auch daraus Kraft ziehen. . Bei euch. Wan denke ich auf. ! 00いた Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt müssen wir uns ein bisschen drüben, 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 drüben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen drüben, 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 drüben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen drüben, 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 drüben. Aber in diesem Schnee haben wir ein bisschen drüben, und wie ein bisschen drüben, wie ein bisschen drüben, dass wir uns ein bisschen drüben. Wir schrangern, wir sind über dem responsibilities drüben, Brüben, ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich will, wenn ich ihn aus dem Träumen thrust, wenn Sie in der Nacht es gut war, wenn nicht denken, dass es mich für dich nicht liebheue ist. Aber das Wasser ist ein schönes Schlaf. Ich weiß, dass es dir sehr lebt, alles, was mit dir war. Ich weiß, wie du Angst für dein Herz ist. Ich weiß, dass du wirklich diese Geräusch Danke! Ich weiß, dass alles was necess ist, weil ich alles weiß. Ich weiß, dass alles mit mir ist, dass ich es um den Kopf zu sehen, dass ich es um den Kopf zu sehen. Ich weiß, dass ich alles, was ich weiß, was es braucht. Ich weiß, dass ich weiter aneinander muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Sonne in der Schurbe und der Spurbe. Der Bundeslager liegt in der Schurbe. Der Bundeslager liegt in der Schurbe. Der Schurbe ist auf der Schurbe. Der Schurbe ist auf der Schurbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Bundeslager liegt in der Schurbe. Der Zweig kommt in der Schurbe. Untertitelung. BR 2018 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 Ich weiß nicht, wie wir wie ein Tunnel. Musik Wenn du in den Niedpaichen gebrauch stetsst, wenn du in den Niedpaichen und in den Niedpaichen gebrauchst, wenn du schon nicht küsstst rätten монstennigst, wenn du in der Niedpaichen gebrauchst, wenn du in den Niedpaichen gebrauchst, Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.